Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei der Programmierung von Objekten. Heute geht es um die sogenannte Vererbung. Wer erbt da was? Ich bin bereit zu empfangen. So wird es leider nicht. Es gibt nämlich Klassen, haben wir gelernt, Objektklassen. Und es gibt Basisklassen, es gibt davon abgeleitete Klassen. Was das ist, schauen wir uns mal kurz an. Also ich schreibe das zwar jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber es hat einen Sinn später. Also ich mache eine Klassendefinition und diese Klasse nehme ich Basisklasse. Einfach so. Ohne bestimmten Grund soll nur ein Beispiel sein. Diese Basisklasse kann irgendwelche Eigenschaften und irgendwelche Methoden haben. Und wir haben im letzten Video schon gesehen, da muss ich was davor schreiben. Es gibt verschiedenste Arten. Eine davon ist Private. Und da schreibe ich Eigenschaft 1. Diese Klasse hat die Eigenschaft 1, was ein Integer ist. Die ist Privat. Dann gibt es ein Protected. Und zum Beispiel ein Pool. Kann jeder beliebige Datentyp sein. Ja, Eigenschaft 2. Und dann hat es gehe immer Public. Und was mache ich da? Float. Float. Eigenschaft 3. So. Jetzt haben wir die drei Eigenschaften da. Ja, eine ist Private, eine ist Protected, eine ist Public. Ich mache da nur irgendeine Protected. Und Methode 1, Klammer auf. Was gehen wir da rein? Ein Pool. Pool. Übergabe Wert 1. Ist auch wurscht. Oder mehr mal irgendwas. Passt. Und irgendwo, pack, pack, pack. Irgendwo wird die Klasse wieder geschlossen. Soweit, so gut. Haben wir eine Klasse definiert. Wenn wir jetzt von dieser Klasse eine Klasse ableiten wollen, schreiben wir das so. Abgeleitete Klasse. Klasse. Abgeleitet. Wie kennzeichne ich, dass das abstammt von der Basisklasse? Ich mache dann Doppelpunkt. Buckel, Buckel, Buckel. Und schreibe Basisklasse. Was heißt das jetzt, geschwungene Klammer auf? Was heißt das jetzt für unsere abgeleitete Klasse? Hier und wo ist dann geschwungene Klammer zu auch wieder? Sie übernimmt Eigenschaften und Methoden der Basisklasse. Okay. Welche Eigenschaften und Methoden übernimmt sie? Nur die private nicht. Zack. Die abgeleitete Klasse kennt Eigenschaft 1 der Basisklasse nicht mehr. So wie man es nie da gewesen war. Ist irgendwo begraben unter vielen Schichten. So wie wenn einer einen Schatz vergrabt hat, irgendein Vorgänger von uns hat irgendwo einen Schatz vergraben und keiner weiß mehr, wo er liegt. Das gehört dem Vorgänger. Ende. Und keiner soll sich daran laben. Protected. Ja. Protected Eigenschaften. Und da ist nämlich jetzt der Unterschied zwischen privat und protected. Protected Eigenschaften werden an abgeleitete Klassen weitergegeben. Also die check, 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 protected wird übernommen. Public sowieso. Public sind auch protected, können von der Basisklasse und von abgeleiteten Klassen aufgerufen werden. Und die Public können ja von überall, das haben wir das letzte Mal gesehen, können von überall, von außen, von jedem anderen Objekt aufgerufen werden. Abgeleitete Klasse. Also die erbt Eigenschaften und Methoden der Basisklasse Deren Schutzniveau protected oder weniger ist. Und jetzt kann ich da sogar Methoden überladen. Ich kann da zum Beispiel wieder schreiben protected. Und jetzt kann ich die Methode 1 da wieder definieren. Und jetzt ist ganz komisch, ne? Jetzt habe ich da eine geerbte Version der Methode 1. Und jetzt habe ich selber eine Methode, die heißt genauso, ja? Das ist der Schlüssel, die heißt genauso. Habe ich selber eine Methode 1 definiert. Und was gilt jetzt? In der abgeleiteten Klasse gilt das. In der Basisklasse gilt das. Also wenn ich eine Instanz der Basisklasse habe, habe ich die Methode 1. Wenn ich eine Instanz der abgeleiteten Klasse habe, habe ich diese Methode 1. Das heißt, Methoden können überladen werden. Das heißt überladen. So ist es zum Beispiel möglich, dass ich zum Beispiel eine Basisklasse habe, die irgendwie Form heißt und eine abgeleitete Klasse, die irgendwie richtig heißt. Eine andere abgeleitete Klasse heißt Kreis. Und beide haben eine Methode, berechne Flächeninhalt oder Flächeninhalt. Und überall funktioniert das halt mit einer eigenen, aber ich kann es überall aufrufen. Jetzt verleitet es natürlich, so Basisklassen und abgeleitete Klassen und so weiter zu bilden. Und manchmal, manchmal möchte man gar nicht, dass die Basisklasse, die hat eigentlich ursprünglich gar keinen Sinn. Die summiert nur die Gemeinsamkeiten aller abgeleiteten Klassen. Aber selbst ist eigentlich nur ein unlogisches, ein sinnloses, ein abstraktes Gebilde, was man eigentlich nicht braucht. Deswegen kann man da, muss man aber nicht, so ein Keyword-Abstract davor schreiben. Das ist der Grund, warum ich das da umfreilassen habe. Weil ich gesagt, das hat einen Sinn. Das mache ich noch in eckigen Klammern, weil das ist optional. Abstrakte Basisklassen können nicht instanziert werden. Also, ich kann keine, wenn der Abstract steht, kann ich vor der Basisklasse keine Instanz anlegen. Das heißt, ich brauche eine abgeleitete Klasse, das kennzeichnet eine Klasse, die eigentlich nur da ist, damit sie was vererbt. Sugar Daddy Class. So auf die Wart. Also, diese Basisklasse wird, wenn sie abstrakt definiert ist, muss eine abgeleitete Klasse haben. Man kann sogar Methoden abstrakt definieren, aber nur innerhalb einer abstrakten Klasse. Wenn man innerhalb einer abstrakten Klasse eine abstrakte Methode definiert, müssen die abgeleiteten Klassen diese Methode implementieren, überladen. Wenn sie da nicht abstrakt steht, kennen sie. Wenn da abstrakt dabei steht, müssen sie. Das ist also das Konzept der Vererbung in C-Sharp. War in C++ ähnlich, aber so schaut es halt in C-Sharp aus. Wir werden uns das anhand eines Beispiels da mit unseren Namen, wir werden von unserer Namenklasse eine Vornamenklasse ableiten. Was besser ist, wenn man da eingefahren. Aber egal, es zeigt zumindest das Prinzip und das soll es ja. Wir wollen ja was lernen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Amen. Vielen Dank.